Die Abwechslung macht Sneak Preview im Kino-Center Heidenheim und Kinopark Ahlen. Was läuft? In jedem Fall ein absoluter Top-Film vor dem offiziellen Kinostart. Hin wem lohnt sich? Tickets für nur 5 Euro. Mehr unter kino-hdh.de und kino-aa.de Das ist nicht so schade. Dann kommt's zu den Film. Du musst auch noch was machen. Das ist nicht so schade. Ja! Das ist toll! Nice! Der in einer Witschang ist aber auch... Untertitelung des ZDF für funk, 2017